Na gut, noch mal ein Zahn trennen. Oh, du Scheiße. Wie geht das? Einfach fahren. Mit Turbo. Hm, okay. Du hast unten in der Anzeige den gelben Balken und damit kannst du deinen Turbo ziehen, durch das Bremsen. Wie damit die Elektros sind. Wie die Elektros sind in der heißen Finalen. Und so war dieser gelbe Balken, dieser kleine gelbe Balken voll ist. Ja, ja. Da hast du ein bisschen Power. Sehr schön. Oh, Baby und Markus, da vorne weg. Oh, nein. Ich kann ruhig. Baby hat Dampflug gewacht. Ich soll da dieses Ping-Auto wegfliegen. Das Ping-Auto muss ich immer nicht, äh, äh, Baby sein. Ja, Markus, das ist ja auch, glaube ich, Ping, ne? Manchmal. Ja, ich wollte ja nur sagen, was zum Fahrzeug. Nein, weißt du, voll trotz volle Turbo sagt, mein, naja, ich hab mein Auto von der Strecke. selbst abgefallen ja ich habe voll ich habe allerdings so ein gehabt ist wie viele runden gibt es eigentlich 22 du kannst auch wenn du dich feiert hast du da unten drückt dann siehst du statistiken unten das ist auch wie ein checkpoint zu gefahren hast und so über die vorschau wie die abstände sind es sind noch zehn so ein bisschen es ist ein 33 stück 35 oder so ja ein 30 sind ja zerstört eigentlich bin ich im rennfahren voll schlecht das würde mir zwar nicht wieder auf der natürlich fahr ich da runter ich kann nicht ich kann nicht wie es bauen gefühl dafür wie du lässt der wiesbaden damit ich letzter werde ja nie ist klar ich bin jetzt ich 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 nicht n ich 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 das ist ich mir ich 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 naja marcus war gar nicht so knapp hinter mir das hat sich kunden hat gesagt ich bin im untergefallen da durfte ich erst mal nicht wies bauen und deswegen bin ich auch jetzt wieder nur dritter auch leck mich doch spiel warum siehst du mann etwa der brücke gelandet ich bin gefallen ich bin Oof. oh man ja es braucht mich wieder am anfang von der röhre oder wat im letzten kontrollpunkt ist klar darüber weiter vorne naja dann bin ich ja letzter ich bin mir ist klar sehe ich vor uns schon abgebaut welcher eine überraschung Pisswasser ich leck mich doch am hachspiel kein bock mehr auf die rennen guten flug also in sachen stanz hat sie wollen echt raus sein kilometer über den flugkarten geflogen so eins noch mal schon schluss machen könnte regnen jetzt heute im rennen markus ich lese nachher so eine formel 1 10 prozent wahrscheinlichkeit läuft das eigentlich heute auf rtl ich glaube ja kann sein ich gucke auf sky ist mir egal auch bis er tot entscheidet da sind wir ja mal wieder die sind aber witzig die dinge ja Ja, ist klar. Das Bärchen, das trennen wir mal nicht. Ich würde gerne mal so ein Teamding mit dem Markus zusammenspielen, weil meistens hast du dann immer einen kleinen Vorteil. Markus ist einfach die Killermaschine. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kuroko klein ist. Ach ja, wir haben nur eine Waffe. Ja, Glück gehabt. Den Modus kennst du, Enrico? Waffen einsammeln. Ja, ja, Waffen, nein, Waffen. Faltung, sagst du, ja. Waffen einsammeln und dann. Ja, 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 ja. Herzhaft! Weißt du, wie schießt die ganze Zeit drauf, passiert, ne, da war eine Granate und es tut? What? Als ob ich den Selbstmord begehe. Eine fucking Granate? Todes. Eine fucking Granate? Du bist tot? Ich hab auch noch nicht reingeballert zu deiner Händel, Kev. Ich hätte Markus dazu nicht. Und du brauchst nicht die Fläche sauber, was dati? Ich hatte doch genug Leben und habt eine Granate abgekriegt und war drittend sind tot. Naja, egal. Ach, wir haben überlebt. Oh, lol. Nein, wir haben nicht überlebt, wir haben verloren, weil ich gestorben bin. Ach, ich bin bei dir. Das ist der Modus, das ist der Modus, du musst, wir müssen beide überleben. Wenn einer stirbt, stirbt der andere auch. Das ist das Valentin-Tax-Update. Das ist quasi so ein... Ich stand grad hinter Markus. Das ist so Love Couple. Special, Special Deathmage-Modus, Valentin-Tax-Update. Deswegen fragte ich gerade, du kennst den Modus doch. Ich dachte, das wäre das Normale. Nein, wir beide müssen beieinander so nah wie möglich in diesem Kreis beieinander bleiben und müssen überleben. Müssen die anderen wegholen. Wieso, ich wundere mich gerade, warum ich eine Granate abgekriegt habe und direkt tot war. Also wir können natürlich auseinander gehen, aber das Leben ergeben wird sich schon wieder quasi zusammensinnen. Und da war in einem Hoffnung so. Und da war in einem Hoffnung so. Und da war in einem Hoffnung so. Okay. Okay. Ja, der ist natürlich jetzt an vorne gelaufen und zu mir gelaufen, weil ich so kürzlich kein Leben mehr hatte. Ja, ich hatte einen Davy fast. Ein Schuss hätte gefehlt. Ich konnte nichts mehr machen. Naja, es war trotzdem immer. Klappen und Vollrupp hätte ich, ja? Hm? Genau, Stream, Ende. Wuhu! Das war's dann. Ja. Da hab ich natürlich in viel Leben nicht viele Punkte geholt. So, Feierabend. Ich hab das Ding abgenommen.